Gut. Okay. Er hat uns das alles erzählt. Wir müssen jetzt den Ding aktivieren. Wir haben auch noch zwei Nachrichten hier. Den Stab mit dem... mit der Machung. Aufgabe abgeschlossen. Ja, das Fokusnetzwerk ist aktiv. Gebaut nach deinen Angaben. Überprüfe es selbst, wenn du willst. Ich warte. Aber ich möchte dich an die Belohnung erinnern, die du immer noch zurückhältst. Quantenprozesse. Daten wurden kompiliert. Volumen übersteigt. Transferkapazität. Wie unangenehm für mich. Komm her. Du sollst eine Belohnung bekommen. All gut. Helis. Bedrohung in der Eklipse entdeckt. Sag seinen Namen, oh Schatten. Und er wird sterben. Du wirst diesen Mann eliminieren. Silence. Silence. Ja. Eine Wahrheit, die des Nachts geflüstert wird, wird am Tag offenbart. Er war nie einer von uns. Es wird geschehen. Krass. Ich werde Harlesen also verraten. Sie kommen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ah, Lucent Bar. Ich stelle mal kurz die Lanze her. Nice. Eine starke Waffe entdeckt. Wieso konnte ich die nachher jetzt nicht abhören? Erstes Treffen. Okay, es hat nicht funktioniert. Äh, wir müssen noch kurz die Waffe auswirken. Wir rüsten jetzt, oder? Inventar. Waffen. Ah, ne, haben wir schon. Okay, haben wir schon. Wir hatten ja vorher. Ach, das wurde jetzt einfach gemacht. Und wir haben keine andere Lanze mehr. Okay. Okay, nice. Okay. Wir kommen hier gerade irgendwie nicht raus. Wir sind ja von hier gekommen. Können wir hier nicht... Runterrutschen irgendwie oder so? Nee, ne? Nein, ich glaube nicht. Das heißt, wir müssen wieder klettern, ja? Ist ja ätzend. Na gut, okay. Wenn es so ist, ist es so. Kann man ja nicht ändern, ne? Ah, hier können wir uns aber abseihen. Ah! Oder sterben. Scheiße! Ah, das war jetzt echt... ...n Kacktod. Ah, der... Ah, den hätte ich mir echt sparen können. Ah, scheiße, Mann. Das war jetzt wirklich selten dämlich. Und... Okay, Lanze herstellen müssen wir trotzdem nicht mehr. Sie kommen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ah, Lucent, Mama. Sie, Herr. Ich versprochen habe. Was für eine Art Maschine ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Okay, wir sind oben. Gut, und das ließen wir auch ohne zu sterben. Okay, wir könnten jetzt noch eine Heilpflanze gebrauchen. Dann wäre das auch wieder voll. Und dann würde ich halt auch die Schnellreisefunktion benutzen. Da ist auch eine. Ah, hier ist auch eine. Okay, Karte aufdecken. Gut, da oben waren wir jetzt auch... Was ist das hier? Panorama. Da schaue ich mal eben nach. Ein Panorama? Muss man vielleicht beobachten oder so ein Scheiß? Oder was anschauen? 100 Meter noch? Für dieses Panorama müssen wir wohl aber anscheinend da hoch. Da kann man sich abseilen. Hier kann man hochklettern. Anschauen. Ich wollte eigentlich... Genau, da wollte ich hin. Höher. Okay. Ja, ah, da oben ist auch was. Einmal die Kiste. Zack. Und jetzt hier auf Panorama-Catch zugreifen. Was ist das? Ist das ein Bild oder so? Vielleicht davon, wie diese Anlage gebaut wurde. Ja, das könnte es sein. Ja, 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 ja. So sah sie also mal aus. Okay. Und der Trophäe habe ich auch noch gekriegt. Dann hat sich das eigentlich gelohnt. Gut, wir müssen jetzt Awad erst mal Bescheid sagen, dass die Stadt halt gerade sehr gefährlich lebt. Denn es könnte einfach sein, dass die Kaja ankommen und die Stadt jetzt angreifen. Und dann heißt es für uns Hades besiegen. Wir sind kurz vorm Ende, Freunde. Wir haben jetzt alle Informationen gesammelt. Wir haben alles aufgedeckt. Ja, es muss einfach so sein, oder? Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind von der Geschichte her durch. Es geht jetzt nur noch darum, Hades mit der Master-Überbrückung zu überbrücken. Und hoffentlich dann, wenn wir Gaia wieder neu starten können, dafür zu sorgen, dass Gaia Maschinen erstellt, mit denen die Station an sich wieder komplett repariert werden kann. Denn das scheint ja jetzt der Schlüssel zu sein, dass Gaia sich selbst repariert. Und das kann sie ja nur, indem sie Maschinen baut, die das können. Was sie ja kann. Sie kann ja alles selbst konstruieren, so wie sie möchte. Hat sie ja auch mit den Tieren gemacht und so. Von daher... Ja, doch, das könnte einfach so sein. Das geht gut an. Das könnte gut angehen. Äh, du solltest dir der Siedlung die Händler aussuchen. Sie verkaufen exotische Jagdausrüstung und Rohstoffe. Ja, wir brauchen ja immer noch ein Dings, ne? Ein Sägezahnherz. Das Osaram-Fass-Funken-Fänger-In-Outfit-Schützt gegen Sharkscheid. Achso, das hat wohl schon ein paar Mal. Naja. Nichts Neues. Diese Ladezeiten, ne? Diese Spezialhändler sind auf der Karte mit einem... ...Jagdsymbol pro Stern markiert. Davon haben wir hier drei Stück. Oh, ich könnte mal zu dem gehen. Spezialhändler Maschinenrohstoffe. Hat der vielleicht ein Dings? Ein Sägezahnherz? Es hört sich für mich irgendwie gerade nur so an. Also wenn einer, dann er. Deswegen werde ich das jetzt noch kurz... ...kontrollieren. Ich möchte hier über eine Sache voller Anmut und Schönheit sprechen. Rohstoffe. Verwüsterherz? Ne. Sägezahnherz? Doch, klar. Jo. Okay, warte mal, warte mal. Warte mal, Rohstoffe. Jetzt müssen wir erstmal wieder verticken hier, ne? Wir brauchen ja Platz. 150, 200, 250, 300. Das brauchen wir nicht so viel. Zack, da können wir nochmal mitverkaufen. Ne, stimmt gar nicht. Das sind zwei verschiedene Sachen. 150, 150, 21 verkaufen wir hiervon. So, dann haben wir hier 14. 150. 139. Drähte. Verkauf 1, 2, 3, 4, 5, 100. Davon haben wir 460. Okay, jetzt erstmal alle Objekte verkaufen. Solche. Dann kaufen. Dann werden wir hier kaufen auf jeden Fall Rohstoffe. Erstmal unser Sägezahnherz. Zack. Dann verkaufen. Äh, kaufen. Ne, erstmal nix. So, jetzt haben wir das Sägezahnherz. Jetzt müssten wir zu einem anderen Händler. Blumensammelobjekte, nein. Spezialhändler, Geheimniskarten, nein. Gefäß, Sammlerobjekte, nein. Jagdbedarf. Was ist das hier? Verschiedene Sammlerobjekte, nein. Artefakte Sammlerobjekte, nein. So. Das einzige, was schwieriger ist, als in Anrecht zu Geld zu kommen, ist außerhalb. Boah, dann haben wir echt nochmal, sogar nochmal die Waffe gekriegt. Was ist das hier für eine? Handel mit Händler. Schatzkarte. Helle Ausbeutekiste. Kaufen. Okay. Jägergruß, nein. Dunkle Gesetzeslosenkiste, nein. Helle Gesetzeslosenkiste. Mysteriöse Kiste, spezielle Modifikationskiste, können wir eigentlich einmal kaufen, oder? Warte mal, wenn wir gerade dabei sind übrigens, ne? Inventar. Schatzkisten, haben wir sowieso schon wieder ein paar. Verderb eine Spule. Okay. Okay, wir haben schon wieder nicht mehr genug Platz für alles. Okay, nein, wir haben nicht mehr genug Platz. Jetzt ist schon wieder alles voll. Das mit dem Inventar ist echt eine miese Sache. Okay, jetzt erstmal neue Waffe kaufen. Waffen. Dann haben wir doch hier Schatten-Schaffensbogen. Jo. Kaufen. Sehr selten. Den tauschen wir natürlich aus dem hier. So. Dann werden wir einmal herstellen. Waffenmodifikation. Was hatten wir jetzt auf dem hier? Schaden, Handhabung. Handhabung, Schaden. Okay. Wenn wir jetzt D nehmen. Schaden plus 37. Jo. Dann werden wir... Dann werden wir... Abriss 42. Handhabung plus Schaden. Dann können wir eigentlich echt den hier nehmen, ne? Abriss 42. Zack. So. Dann hätten wir das auch. Munition. Dann würde ich gerne mal gucken. Inventar. Trakkapazität. Was fehlt uns hier? Fischgräten. Fischgräten fehlen uns ganz viele, ne? So. Gehen wir kurz auf die Map. Geheimniskarten, Blumensammelobjekte, Maschinen, Rohstoffe, verschiedene Sammelobjekte. Das könnte vielleicht sein. Verschiedene Sammelobjekte. Zu dem Hände laufe ich auch nochmal. Vielleicht können wir bei dem diese Fischdinger kaufen. Dann könnten wir ein paar Taschen noch erweitern. Oh, hätten wir das mal früher gewusst. Die haben so viele Metallscherben. Die hätten da schon so früh alles kaufen können. Spezialobjekte. Achso, ne. Das sind nur solche Sammel. Okay. Okay, 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 okay. Geheimniskarten. Blumensammelobjekte, Maschinenrohstoffe. Gefäßssammelobjekte, Jagdbedarf. Artefakte Sammelobjekte. Du wirst es bereuen, wenn ihr mitten im Getümmel die Sohn geschaut steht. Ja, aber nicht für Profit. Sonnenkönig Awad machte mich zur Gesandten der Banuk. Ich arbeite für sie. Suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat. Bahn Ur. Ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren, die man bei Banuk Felsmalereien finden kann. Wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert. Okay. Äh. Handeln. Okay, verkaufen. Was ist das für eine Modifikation? Feuer und Schaden, okay. Ich glaube, ich habe nichts für die, oder? Also ich wüsste nicht von ihren Dingern, die sie da irgendwie unbedingt haben will. Komm wieder, wenn du Banuk Sachen findest. Okay, mach ich. Hast du irgendwelche Banuk Relikte gefunden? Nein, habe ich nicht. Gut, dann werden wir jetzt zum Krächsie laufen. Aber wir haben wenigstens noch Dings gekriegt. Jeder braucht doch einen Farblupfer im Leben. Komm, lass uns drüber reden. Äh, den neuen Bogen, meine ich. Beutepfeil? Prozisionspfeil? Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Das ist schon in Ordnung. Jetzt haben wir drei jeweils lila. Klar, bei allen Sachen nicht, weil hier diese Sprengschleude und so, da haben wir keinen lila. Aber, hey, benutzen wir eh nie. Aber wenn wir jetzt die Sprengungspfeile benutzen, dann haben wir jetzt halt auch mit der lila Waffe mehr Schaden und, und, und. Ja, ist schon gut. Ist schon gut. Ist Erend auch hier? Da ist Abad. Hier liegt was neben ihm. Meridians Gründung. Okay. Wir müssen mit Abad reden. Eloy. Was führt dich nach Meridian? Gefahr. Helis kommandiert eine fanatische Armee. Die Eklipse. Sie greifen bald an. Von Westen. Mit vielen alten Kriegsmaschinen. Aber das ist nicht das Schlimmste. Sie bringen einen Geist mit. Gott. Dämon. Maschine. Wie immer du's nennen willst. Er heißt Hades. Und ihm geht's nicht um Meridian. Er will nur den Turm. Wenn er ihn erreicht, stößt er einen Ruf aus, der noch mehr Maschinen weckt. Mehr, als wir je bezwingen können. Alles wäre verloren. Das darf nicht passieren. Ich versuche zu verstehen, aber... Meine Verantwortung liegt bei Meridian. Um Meridian geht es nicht, Abad. Ihr müsst den Turm verteidigen. Vielleicht die Garde, strahlender. Ja. Schicke sie zum Turm. Er entkennt Aloy, er wird es gut heißen. Und lasst die Stadtwache die Westseite absichern. Von dort können sie Meridian verteidigen. Und die Flamme, wo der Turm steht. Okay. Eloy, ich möchte mich für mein früheres Verhalten entschuldigen. Nach all dem, was mit Erza passiert ist, war ich verwirrt. Wenn wir Seite an Seite um unser Leben kämpfen, wäre es schön, wenn du mir vorher vergibst. Das tue ich. Solange ihr mich nicht wieder mit ihr verwechselt. Auch ein König lernt seine Lektion. Nun denn, gut, dass das geklärt ist. So, der Aufbau der Verteidigung wird Zeit brauchen. Bitte sag mir, was du über unsere Feinde weißt. Und zwar alles. Ich weiß sicher nicht alles, aber immerhin etwas. Okay. Ich rede mit dem tadellosen Marat. Okay, warum müssen wir jetzt mit Marat reden? Das entzieht sich mir irgendwie gerade jeglicher Lüge. Ach so, okay. Panik in der Stadt bringt uns nur einen weiteren Feind ein. Und meldet mir weiter jeden Neuankömmling. Ah, Rehloi. Die Vorbereitungen laufen für die Verteidigung am Berg und beim Turm. Okay. Das ganze Sonnenreich wurde informiert. Verbündete bieten Hilfe an. Manche für Meridian, manche für Scherben. Und viele auch für dich. Ausdrücklich. Für mich? Nicht so bescheiden. Der Berg. Der Berg ist die Frontlinie. Dort verteidigt die Stadtwache? Ja. Unterstützt von ein paar Freiwilligen, wie bereits erwähnt. Die Oseram-Kanonen, die Meridian bei der Befreiung erschütterten, beschützen uns jetzt. Du kannst dir gern alles ansehen. Okay, der Turm. Und der Turm? Sind Eren und die Garde dort? Allerdings. Sie rasseln mit den Rüstungen und üben ihre Kampfschreie, schätze ich. Es sind doch einige der Nora beim Turm angekommen. Sie haben eine königliche Audienz abgelehnt. Kannst du mal mit ihnen reden? Werde ich. Okay. Jetzt können wir wohl nur noch auf den Angriff warten. Ganz genau. Kein Gefühl, das ich schätze. Aber unsere Posten in Abendzeichen melden noch immer nichts aus dem Westen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, solltest du es jetzt tun. Ansonsten habe ich die Wohnung von Olin Stöberer für dich vorbereitet. Dort kannst du schlafen, wenn du müde bist. Okay. Wir haben jetzt gerade drei Sachen, wo du dich vor dem M-Kampf auskommst hast. Suche bei Verteilungslinien auf, überprüfe die Vorbereitung am Berg, überprüfe die Vorbereitung am Turm. Okay. Nummer eins ist die Schlafoption. Jeder braucht doch einen Farbkupfer im Leben. Lass uns drüber reden. Achso, das ist jetzt hier. Okay. Ja, dann werden wir uns am besten vor dem Endkampf mal ausruhen. Aber wir sollten vielleicht mit den zwei Beteiligungslinien reden. Einfach weil es optional ist. Einfach so. Vielleicht bringt das was. Motivation. Keine Ahnung. Irgendwas, Freunde. Tja, probieren wir es mal aus. Du solltest deine Vorräte aufstocken, bevor du weißt.